Grüß Gott zusammen, mein Name ist Johann Sammer. Unsere Familie ist seit 1898 in der Fasonerie ansässig und wir befinden uns hier an der St. Christoph Kirche, an der neuen St. Christoph Kirche am Blütenanger 7. Also die Kirche wurde geplant Ende der 60er Jahre von dem Architekten Erhard Fischer aus München und Architekt Fischer war beeinflusst von Le Corbusier und Mies van der Rohe und Herr Fischer hatte zum Grundsatz natürlich auch das Zweite Vatikanische Konzil und aus diesen mehreren Dingen wurde oder ist diese Architektur entstanden, die eigentlich ja zum Brutalismus zählt. Das heißt roh, einfach, ohne Verputz. Und hier befindet sich von Alf Lechner, einem weltbekannten Eisenkünstler, die Plastik über den Stab gebrochen. Was es bedeuten soll, habe ich ihn gefragt und er meinte, jetzt gehst du mal rechts herum und dann gehst du links herum und dann wird dir schon was einfallen. Ja, was ist mir eingefallen? Der Stab in der Mitte könnte unser liebender Gott sein, zu dem sich die ganze Welt hinzufügt. Die Brüche von den Blechen könnten darstellen, die Brüche in unserem Leben, die Brüche in unserer Kirche, die Brüche zwischen den Religionen, die Brüche zwischen den Völkern. Und nur unser aller gemeinsamer Gott kann diese Brüche heilen. Die ganze Decke schwebt auf vier Säulen und sie ist praktisch abgehängt von oben. Außen rüber geht ein Cortenstallband, das verblendet ist. Und dieses Lichtband ist eigentlich wieder eine Interpretation vom Wies van der Rohe, dass sehr viel Licht in das Gebäude kommt, in die Kirche kommt. Und dadurch wirkt die Kirche natürlich freundlich und hell. Ja, dieses Wandgemälde ist von unserem Gemeindemitglied, Herrn Etzat Seger, damals angebracht worden. Es stellt da die Schöpfung, die Erlösung und die Vollendung. Die Schöpfung auf der linken Seite soll darstellen die Erde, die Ehren, den Weinstock. Das hinweist auf die Eucharistie. Auf der rechten Seite ist der Kosmos dargestellt, mit dem Planeten, mit dem Wasser. Ein bisschen aus der Mitte gerückt sehen wir die Erlösung des Kreuzes und in der Mitte von dem Bild das himmlische Jerusalem. Aus konzeptionellen Gründen konnte die Kirche von Architekt Fischer nicht geostet werden. Er hatte das aber im Hinterkopf und hat die Ostung durch dieses Lichtband mit in die Kirche reingeholt. Der Kreuzweg stammt aus dem späten 19. Jahrhundert und war gespendet für unsere alte St. Christoph Kirche. Da hat er aber nicht gepasst und war eingelagert und jetzt ist er in der neuen Kirche. Der heilige Christophorus ist Patron dieser Kirche und wahrscheinlich wurde dieser Name auch gewählt, weil in dieser Siedlung sehr viele Gärtner waren. Wir waren über 100 Gärtnereien um 1950. Jetzt ist noch einer da. Und er ist auch einer der 14 Nothelfer und ist auch Patron der Gärtner und er ist ja in jedem Auto. Also auch die nicht glauben, haben wir Christophorus dabei, komischerweise. Und das finden wir doch sehr schön.